Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu C++. Heute geht es nochmal um die Vererbung und um die Sachen, die ich euch noch nicht erzählt habe. Ich habe nämlich ein paar Sachen noch unter den Tisch fallen lassen. Die sind noch ziemlich wichtig für die Praxis und es geht um das Überladen von Funktionen. Äh, nicht Überladen, sondern Überschreiben von Funktionen. Okay, jetzt zunächst einmal. Wir hatten am Ende vom letzten Video gesehen, dass ich mit meiner Klasse Diamantina hier unten Schwierigkeiten hatte. Das hat mir eigentlich einen Fehler hervorgerufen. Warum war das so? So, naja, es gibt einige Dinge, die nicht mit Übervererbung quasi übertragen werden und darunter fallen leider auch Konstruktoren. Das heißt, was ich letztes Mal probiert habe, war, ich habe mir einen Diamantina erstellt mit dem Konstruktor von meinem Hund, also von meiner Hundklasse. Das kann nicht funktionieren, weil Konstruktoren werden nicht vererbt. Das heißt, ich hatte diesen Konstruktor überhaupt nicht und ich habe versucht eine Funktion aufzurufen, die es nicht gibt, weil Konstruktoren sind auch Funktionen. Okay, das heißt, ihr müsst immer Konstruktoren nochmal neu schreiben. Ihr könnt die Parent, also die Elternkonstruktoren verwenden, aber sie werden normalerweise nicht übertragen. Okay, Destruktoren genauso, aber die hatten wir glaube ich gar nicht, die brauchen wir noch eigentlich überhaupt nicht. Und überladene Funktionen, äh, überladene Operatoren, sorry, werden auch nicht übertragen. Das heißt, das was wir mit der Vektorklasse hier zum Beispiel gemacht hatten, wir hatten hier unser Plus neu definiert. Das heißt, wir hatten gesagt, wenn ich zwei Vektoren addiere, also A plus B hinschreibe und die haben den Typ Vektor, dann habe ich hier tatsächlich mal die Möglichkeit einfach nur Plus hinzuschreiben. Also Vektor A plus B, das konnte ich schreiben, das sind überladene Operatoren. Wenn ihr sowas vererbt, das heißt, wenn ihr jetzt hier von dieser Klasse Vektor erbt, dann tut das Ding auch nicht. Ähm, das sind so ziemlich die Klassen oder äh, die Funktionen, die nicht funktionieren beim Vererben oder nicht übertragen werden. Außerdem, das was ich euch im 13. glaube ich, Video gezeigt habe, das über befreundete Funktionen. Befreundete Funktionen der Base-Klasse werden auch nicht, also der Parent-Klasse werden auch nicht übertragen. So, soviel dazu. Jetzt geht's um das Überschreiben von Funktionen. Und zwar, wir haben hier oben eine Methode, wie macht das Tier? Ne, das ist ein bisschen sinnfrei, denn nicht jedes Tier macht Hallo oder Hello in unserem Fall. Ähm, zum Beispiel eine Katze würde wahrscheinlich miauen und ein Hund würde bellen. Aber unser Hund macht das nicht, unser Hund sagt immer noch Hallo zu uns. Und das ist, äh, zwar ein ziemlich intelligenter und cooler Hund, aber er tut leider nicht das, was er in der Wirklichkeit tun sollte. Und deswegen wollen wir das ändern. So, wie ändern wir das? Naja, wir überladen, äh, überschreiben diese Funktion einfach. Das heißt, wir machen einfach folgendes, wir schreiben uns hierher Void. Wie macht das Tier? Quasi das, was wir schon mal definiert hatten. Einfach genau dasselbe. So, und jetzt machen wir aber hier einfach einen anderen Funktion Rumpf. Das heißt, wir sagen, ähm, ja, ich mache einfach mal SC out, dann kommt es automatisch. Wir machen hier einen Wuff rein. So, und wenn ich jetzt meinen Ace, äh, also meinen Hund von meiner Main Methode, ähm, hier unten die Funktion, wie macht das Tier aufrufe, dann passiert Magie, und zwar kommt hier ein Wuff raus. Warum kommt jetzt hier ein Wuff raus und nicht mehr ein Hallo, beziehungsweise wo ist denn meine Vererbung jetzt hin? Naja, was wir hier gemacht haben ist, wir haben gesagt, bitte erb doch alles, was du im Tier findest, aber die Sachen, die du hier drin findest, in unserer Hundklasse, die sind wichtiger. Das heißt, wenn du eine Sache doppelt findest, nimm die aus der Hundklasse und schmeiß die aus Tier weg. Und dadurch schaffen wir es, dass unser Hund Wuff macht, unsere Katze Miau, aber wenn ich vergessen haben sollte, diese Methode zu implementieren hier, das heißt, ich habe einfach nichts gemacht, dann kommt halt ein standardmäßiges Hello und es kommt kein Fehler oder sowas. Das ist ziemlich geil, ähm, das ist nämlich sozusagen die Magie, die wir brauchen und haben wollen für Vererbung. Und das ist wirklich, ähm, ja, also wirklich ein großes Feature, sage ich jetzt mal, es kommt euch vielleicht ein bisschen bescheuert vor. Stellt euch vor, ihr habt hier 20 Methoden und ihr müsst nur ein oder zwei überschreiben und bei dem Rest könnt ihr den Standard einfach drin lassen und weiterverwenden. Das macht zum Beispiel Android oder sowas. Also die haben alle sowas benutzt. Okay, jetzt, warum ist es so toll? Naja, ich kann Typecasts benutzen, das heißt, ich kann casten und jetzt geht es hier unten in der Main ein bisschen weiter. Ich kann jetzt einfach sagen, naja gut, ich weiß, dass mein Hund auch ein Tier ist. Das hatten wir ja schon geklärt. Bei Vererbung wissen wir, jeder Hund ist ein Tier. Das steht ja hier oben, klasse Hund, jeder Hund ist ein Tier. Okay, also kann ich hier auch Tier, äh, ABC schreiben, ist gleich Ace. So, jetzt habe ich Magie gemacht, denn jetzt, ach komm schon, lass mich doch jetzt mal da unten, denn jetzt weiß ich, dass mein ABC gleich meinem Ace ist. Aber warum funktioniert das Ding jetzt? Naja, jeder Hund ist ein Tier, das heißt, ich kann auch einfach sagen, okay, ich kann meinen Hund in einer Tiervariable speichern, denn jeder Hund ist ja ein Tier, also kann ich das auch in diese Variable reinschreiben. Äh, andersrum wäre nicht so einfach möglich, wenn ich jetzt hier Hund H schreiben würde, ist gleich ABC, dann wissen wir zwar, dass unser Hund ursprünglich mal ein Hund war, aber bei dem Tier hier geht uns diese Information verloren. Das heißt, wir verlieren bei dieser Zeile Code hier, wo wir unser Ace, unseren Hund in ein Tier casten, ähm, verlieren wir aus dem Blickfeld. Es ist nicht komplett verloren, wir verlieren es nur aus dem Blickfeld, ich zeige euch dann nachher, was da so passiert ist. Wir verlieren im Prinzip all das hier und stehen bleiben tut nur noch das. So, jetzt ist aber ganz wichtig, diese Methoden hier heißen gleich. Und das nennt sich dynamische Bindung, was ich euch jetzt zeige, das hat sogar einen eigenen Namen, so unglaublich wichtig ist das. Ähm, unser Hund, auch wenn er in einer Tiervariable gespeichert ist, er bleibt ein Hund für immer und ewig. Ähm, und dadurch können wir einfach auch auf ABC die Funktion, wie macht das Tier, aufrufen, wie macht das Tier. Denn wir wissen ja, wie macht das Tier ist für ein Tier definiert, ist ja kein Problem, die Funktion kennen wir ja. Aber was jetzt hier rauskommt, ja, wir bekommen dieses dämliche Hello raus. Das wollten wir ja gar nicht, wir wollten doch eigentlich, dass unser Hund Wuff macht. Und auch wenn wir hier ihn in einen Tier casten, wir nehmen jetzt einfach mal an, also ich zeige euch jetzt mal kurz den Anwendungsfall, warum wir das überhaupt machen wollen würden. Nehmen wir einfach an, wir haben hier noch eine Katze, äh, keine Ahnung, die heißt Hund. Und dann haben wir noch irgendwas anderes, zum Beispiel ein, ein Biber. Und die erben alle von der Klasse Tier. So, und jetzt will ich auf jedem dieser Dinger hier, ähm, meine, wie macht das Tier, Methode aufrufen. Dann möchte ich das vielleicht in ein Array speichern oder sowas. Und dieses Array wird den Typ Tier brauchen. Denn ein Hund, eine Katze und ein Biber, die haben nun mal nicht dieselbe Klasse. Das heißt, ich kann sie nicht in ein und dasselbe Array speichern. Es sei denn, ich konvertiere sie in ein Tier. So, und dazu brauche ich dann diese Zeile hier, das heißt, ich muss das tun. Jetzt habe ich aber ein Problem, denn wenn ich das so tue, dann kommt hier ein Hello raus. Und auch da hat sich C++ was überlegt, wie kriegen wir jetzt wieder hier diese dynamische Bindung rein, sodass wir, also das, was wir jetzt gerade haben, ist eine sogenannte statische Bindung. Wir kriegen ein Hello raus, weil wir hier in der Klasse Tier die Funktion, wie macht das Tier, aufrufen. Das ist natürlich jetzt so ein Beispiel, man kann es auch viel komplizierter machen. Zum Beispiel, denkt an irgendein Spiel, das programmiert wird und hier soll irgendwas geladen werden und hier lädt es dann immer zehnmal dasselbe, anstatt dass es das von den Unterklassen lädt. Das ist ein bisschen bescheuert, deswegen wollen wir natürlich, dass es das von den Unterklassen lädt. Okay, wir brauchen ein paar Sachen. Und zwar zum einen brauchen wir mal hier das Schlüsselwort Virtual. Virtual bedeutet so viel wie, ich hätte ganz gerne auf dieser Methode dynamische Bindung. So, dynamische Bindung bedeutet, es sollte eigentlich diese Methode hier benutzen und zwar die Methode von meinem Hund. Ja, wenn ich das jetzt ausführe, habe ich aber immer noch ein Hello da stehen. Warum ist das so? Naja, das Problem ist, dass ich tatsächlich einen Teil abschneide. Das passiert im Compiler und der versucht das alles zu optimieren und so weiter und so fort. Ich schneide einen Teil ab von meinen Informationen, wenn ich das Ganze hier in ein Tier caste von meinem Hund weg. Was ich brauche sind Pointer. Pointer, die beschneiden rein gar nichts. Die überliefern einfach nur die Speicheradresse von meinem Hund, nicht von meinem Tier. Das ist ganz wichtig. Und bei Pointern geht da nichts kaputt, deswegen solltet ihr hier immer mit Pointern arbeiten. Was wir also haben ist ein Tier Pointer und zwar auf unseren Hund als Adresse. So, und wenn ich jetzt hier sage ABC Pfeil, wie macht das Tier, dann wird es klar, ich bekomme einen Wuff. Die Pointer, die beschneiden hier nichts an der Klasse. Die eigentlichen Klassen, also das Richtige, konvertieren das leider schon. Und deswegen solltet ihr, wenn ihr irgendwas castet, immer nur in einen anderen Pointer casten. Das heißt, ihr habt am Ende hier von mir aus ein Array aus Tier Pointern, von denen eins auf einen Hund zeigt, eins auf eine Katze, eins auf einen Biber und so weiter und so fort. Und dann könnt ihr hier überall diese Wie macht das Tier Methode aufrufen und seid voll dabei. Also alles kein Problem, solange ihr bei Pointern bleibt. Und ganz wichtig, definiert in der Parent Klasse, dass diese Methode Virtual ist. Das heißt, ihr wollt eine dynamische Bindung. Das heißt, wenn ihr diese Methode überschreibt in einer Unterklasse, dann soll die aufrufen werden und nicht die Oberklasse. Okay, das war jetzt ein bisschen krass, ich weiß, aber das ist ein ziemlich wichtiges Konzept und ich würde euch einfach mal empfehlen, übt damit ein bisschen rum und baut eure eigenen Sachen damit. Gut, ich hoffe es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!